So fahren wir vergnügt und froh von Memphis nach Mexiko. Hallo und willkommen auf unserer Reise von Memphis nach Mexiko. Sind wir jetzt in Texas angekommen, auf dem Weg nach Amarillo. Hier ist auf jeden Fall die Landschaft schon sehr spektakulär anders. Aber wie es aussieht, soll es morgen den ganzen Tag regnen. Insofern werden wir wohl nur unser Airbnb in Texas beziehen, eine Nacht dort verbringen und uns dann weitermachen auf dem Weg nach Las Vegas, New Mexico. Wir sind sehr gespannt. Hallo und willkommen. Wir sind jetzt mittlerweile in New Mexico angekommen, nachdem wir durch ein Stück von Texas gefahren sind, dort übernachtet haben und mehr oder weniger die alte Route 66 lang. An manchen Stellen kann man die alte Route 66 noch erkennen. Jetzt sind wir abgebogen, um zu unserem nächsten Ziel Las Vegas, allerdings Las Vegas, New Mexico weiterzufahren. Das war's fürs Erste und demnächst mehr aus Las Vegas, New Mexico.